so richtig schön war das bei mir brennt irgendwie alles bei mir auch durch die disco ich nehme auf ich habe sie in der leuchtung hochkommt ja 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 hier ist es in der hau wir wollen wir können er hat mich zu vergewaltigen und überwarten ein anhandel rückwünsche die vergewaltigungen und nicht offen weitermachen und wieder in den baum und aufgrund das erreichbar ich bin jetzt ich bin es wirklich ich bin es lustig ja ich meine doch nicht dass ich traiter bin sondern ich meinte dass ich schön die kompulatoren party ein krank wenn ich sterbe ist es ja nie wenn ich sterbe ist es Tobi Ich habe die Branche geworfen. Wenn ich sterbe es Tobi. Was ist mit Tieren? Lob. Baaah baaaam. Baaam baaaam. Ey. Was ist das für eine Party? Wer sterbe es Daniel? Wer sterbe es Daniel? Daniel hat die Revolver in der Hand. Das ist ein Deagle, du Spass. Revolver. Ich bin für die Bienen da, du, oder? Aua. Ey, verwichtig. Ey, wer hat mich schon die ganzen Discombos aufgebläuft? Ich glaub was ist es. Ich bin nicht. Oh du Hohenloch! Das hat euch ja die Wars. Ich hab auch nicht geschossen. Warum schießt ihr einfach, Daniel? Das war ein. Ja, auf jeden Fall. Er hat mir so viel angehörtet, Daniel. Er hat ja recht. Das macht ihn nicht gerade unverdächtig. Hör auf auf mich zu schießen. Ich bin jetzt unverdächtig. Ja! Ich komm vor, es ist. Ey, komm mal her. Ich will dir was zeigen. Ey, wo ist er? Wo? Komm mal hier, komm mal her. Du bist zu behindert, Daniel, ne? Was gibt's da? Ich zeig dir jetzt echt aus. Soll ich überhaupt da drauf schießen, Daniel? Guck mal. Nö. Komm, Putti, Kuki, Kuki. Du, die Nutenwaffe. Ja. Auf Kars kann ich ihn erschießen. Dann weiß ich, ob du's bist oder ob der andere auspacken ist. Sieht aber alle. Wo bist du? Schau. Ich auch mal in dem Bild. Ey. Orian ist es. Orian ist es. Was? Nein. Du bist so richtig scheiße, ne? Ich weiß. Hat aber gar kein Aim, ey. Der hätte mich schon so gut erschießen können. So nachladen. Oh Gott. Nein. Ah, ich hab's nicht. Was war richtig scheiße? Ich dachte, der one-shotted dich, ey. Du bist so schlecht, ey. Du hast ihn nicht mal getroffen, ne? Wird dich schlecht. Doch, ich hab ihn einmal getroffen. Ja, aber ich hab ihn einmal getroffen. Ja, aber ich hab ihn noch gelb bis orange gemacht. Als du direkt hinter ihm standest, hast du ihn nicht getroffen. Ey. Hey. Hey, na? Hey, nigga. Oh. Was hast du da gesagt, du? Also ich bin innocent, Florian ist es. Ey. Ja, die ist es. Ja, die ist es. Ja, die flüchtet. Ja, die ist tot. Ich confirm den was. Oh, Mann. Mann, ich. Ne, halt die Fresse, Jan, du bist tot. Okay, also, wenn Jan hier es nicht wahr, dann, und du innocent bist, Florian. Ja. Dann kannst du so deine töten. Okay. Ich töte deine. Halt's ab, ey, wehe. Wo ist der? Kannst du mir sagen, wo der ist? Äh, ich hab den vorn da mit der Disco runtergeworfen hinterm Portal da. Ja. Ey, Daniel. Ey, ich bin's, wie man. Tobi? Bist du in das Hand? Ja. Okay, Tobi ist es. Ah, da schießt er? Ah, da. Ah. Ihr wusst. Okay, alles klar. Daniel kann nicht aimen. Ey. Hey. 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 Wieso schießt du denn auf Milch. Hey. Bist du die geistig behindert, Alter? Ich hab dich geschossen, du! Doch, klar, Jun, du schießt ja rum, während ich hochkomme! Nein! Ich hab ja ernsthaft auf Daniel geschossen! Ich hab's nicht im Treffen, aber nicht erlaubt! Du warst doch... Daniel hat von oben runter geballert, das war nicht ich! Wir sind jetzt zu Ende, oder was? Ja, warst du zu Ende? Wie geil, das war, ey! Deine so, ich bin's nicht, ich guck ihn so an, ne? Ich hab ne Arme, fehl in der Hand! Jo, sonst so gern da unten so... Ich glaub, ich glaub Tobi ist es! Richtig cool! Das hat sich Glück hatte, Deine nicht treffen! Ja, das stimmt! Sind Deine getroffen, wir haben euch gar nicht anders ausgegangen! Ja? Nein! Wau! Wau! Wer hat denn da ein Geschenkind geliebt? Ich? Ich bin es! Ich bin es! Ich bin es! Oh, wenn ich... Oh, Tobi! Ich hab der Mensch... Oh, aber ich werd angehltet! Vom Leuchtturm! Hä? Ja, ja, vom Leuchtturm! Dann wär das Daniel, der hier... Daniel ist es! So, ich dann... Daniel ist es! Hä, Daniel ist es gar nicht was... Oh, Mann, ey! Es ist schlecht, aber ey, also, ich hab wirklich gehört, dass er eine geschossen hat, das stimmt schon! Ja, Daniel hat auch auf mich geschossen, denn noch 50 AP! Ich bin es mit mir wieder zu sehen, ich hab das nicht zu sehen! Oh, das ist mit mir zu sehen! Ah! Ah! Ach, das ist ja so! Ah! Oh! Ah! 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 nur darauf hinweisen. Ich hätte den Goldblock. Mach das. Tobi, ist das? Bist du sicher? Quatsch. Das kann man aus nix. Daniel, weg der Fahrt zu schießen, alter. Ach, meine Leiche, das ist wie eine Ruhe. Ich hab gedacht, die Jenny war. Ja, aus welchem Grund denn? Du wärst da aufgehangen, du! Der ist auch verdächtig aus. Er läuft, hat da Dinge gekriegt. Soll das ein Seil? Ja, das kannst du mit dem Magnetustick mit dran machen. Wenn du einträgst. Die kam aus aus. Aber nur als Twitter. Nein, dann nehmen wir mal nur. Bist du nicht, Tobi? Ja, hier ist es. Wow! Ja, hier ist es. Einer fehl, wow! Dankeschön! Tobi ist es. Ich bin ja auch nicht gewesen, man. Ja klar will, sonst. Einer fehl, ey. Tobi, ganz verdächtig. Nein! Hä, wieso bin ich dieses denn? Das tust du nicht, wie das so nix rum tut. Verdammt, verdammt. Weil die hier rumliegt, du Mongo. Machst du mal weg. Ja, ich kann auch die Diegel nehmen. Ja, ich will schon viel lieber. Okay. Leg mal die Schruppe in die Karre hier. Warte. Ja, nie ist es. Ja, nie ist es. Die? Ja, auf jeden Fall. Bitteschön. Peace auf Jani. Dankeschön. Nee, das hast du gar nicht genommen. Ich auch nicht. Geh rein und bin weg. Oh, wo ist denn bloß hin? Ich kann die gar nicht mehr finden. Na, ist Anni gestorben? Oh nein. 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 Hab ich sie von mir, du. Du nütze, du. Hä, wo seid denn ihr? Ich find euch wohl nicht. Das ist Tobi. Weißt du was von Tobi? Warum? Warum? Weil, warte. Ich glaub es ist wirklich Tobi. Hä, warum? Ach was. Es ist Tobi. Leute, hier liegt ne Leiche. Na, wo, wo kommt die denn her? Ah, das ist Florian. Die ist wahrscheinlich am falschen Ort oder so gestorben, der Nutar. Wie schlecht. Hilfe. Die ist im Keller. Was ist im Keller denn? Da unten. Ey Florian, guck mal. Tobi? Was denn? Es ist Tobi, man. Hä, wieso bin ich es denn hier? Schönmenschen. Aua! Alter, schieß doch nicht auf mich. Warum machst du sowas? Äh, ist es jetzt, äh, wir sind doch beide tot, ne? Ich bin nicht tot. Ich lebe nicht tot. Ich bin quicklebendig. Hallo, ihr lebt keiner. Das ist sowas von Janni, ne? Oder Tobi, einer von beiden. Florian ist tot. Ja, das ist ganz genau. Das ist Tobi. Ja, ne, ja. Aha. Ach, das macht nur, wenn er sich aufregt. Ich bin mal getrunken, du Spassi. Jetzt haltet euch schon mal an die Regeln, Alter. Was? Ey! Ich hab doch was mit Guten, Mann. Ja, aber trotzdem. Und wenn ich hatte laut, so, ha? Hey, du hast mich gefunden, du scheiß Radarwichser. Hättet dich viel, pass auf. Das ist auch kein Spaß. Das ist ja nie, äh, Tobi, meine ich. Ja, warum bin ich schon jetzt? Da hab ich, glaub ich, eiskalt am Arsch erwischt. Naja, was nicht. Ich bin ein U-Boot. Du bist gleich tot. Das bist du. Ah, Hilfe. Hilfe. Nein. Muha, das U-Boot hat das U-Boot getötet. Ja, ja, niemals hast du geworfen. Soll ich genau gesehen? Was sollte das? Ich kann nicht den Jungen bringen. Soll ich den Jungen bringen? Ja, nie, es ist. Ähm. Oh, Fick geh ich, Alter. Ich geh noch zwei Mal. Ja, er hat zuerst geschossen. Hä? Äh, äh, der Typ aus dem Haus schießt. Der Typ aus dem Haus. Der Typ aus dem Haus. Okay, okay, okay. Ich hätte dich längst weg gemacht, wenn ich es wäre. Ja, der Typ aus dem Haus hat auch auf uns geschossen. Ich glaub nicht, dass du es bist. Wenn der Typ schießt. Aber der ist auch natürlich das andere Typ. Auf welchen Fall hinten? Du hieß oder hasch? Ich weiß nicht, warum. Er hat wirklich geschossen, ne? Ich weiß nicht, warum. Er hat wirklich geschossen. Ah, ich hab hier, ey. Mann, ich wollte eigentlich voll das Lustige machen. Dann hebe ich mir für später auf. Ich versteck mich einfach, bis ihr alle stört, ey. Du billiges Kackte. Ey, 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 ey. Aaaaah! Vorsichtig, Sheriff. Der Reinkopf ist tot. Ey! Ich leb ja noch, du hast voll gelogen, ey. Ich glaub, du bist Traitor. Wo ist er denn? Ah, wo ist er denn? Aaaaah! Geht das Florian? Der plant immer so lange. Der ist wie eine Frau, der braucht immer nicht so lange. Wie beim einen Paar. Ja, ja. Ich glaub, ich müsste Florian präventiv töten. Präventiv? Versuch's mal. Okay. Challenge accepted. Ey, der ist da oben drauf. Ist da oben drauf! 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 Ey! Ist da oben drauf! Ey! Ist da oben drauf! Ey! Ich bin fast tot irgendwie nicht. Er klingt gleich der Wetter! Der Wetter! Der Wetter, Junge! Du hast deutsche EK, du Witzler! Ich bin fast tot! Ehrlich jetzt! Oh! Jetzt hab ich mich selbst in der Discount fast umgebracht. Warum hast du's nicht gemacht? Nein! War's so schlecht! Und ich wusste sogar... Ich war sogar richtig, Mann! Ich war sogar richtig, dass Florian ist es! Oh, wie gut! Ah, wie gut! Ja, ich war auch nicht, dass Florian ist es! Der Handel ist nicht so schnell. Ja, was? Der ist nicht so einfach gestrickt! Na, ich wüsste es schön machen, was? Ich bin 1996 gewesen! ig